Untermalt von dramatischer Musik hat das nordkoreanische Staatsfernsehen KRT am Freitag diese Bilder gezeigt. Sie dokumentieren ein Treffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov am Donnerstag in Pyongyang. Nach Angaben der staatlichen Medien brachte Kim bei dem Treffen seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die bei einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen Monat getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen. Kim und Lavrov hätten Möglichkeiten erörtert, die Zusammenarbeit zu intensivieren, hieß es. Die Gespräche Lavrovs in dieser Woche sollen dem Kreml zufolge die Grundlage für einen Besuch Putins in Nordkorea bilden. Die Kontakte zwischen den beiden Hauptstädten würden fortgesetzt, teilte das russische Außenministerium mit. Die beiden historischen Verbündeten Russland und Nordkorea sind beide mit massiven Sanktionen belegt. Moskau wegen seiner Offensive in der Ukraine, Pyongyang wegen Atomwaffentests. Sanktionen Sanktionen Sanktionen